Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich über NLP, was eine Abkürzung ist für neurolinguistisches Programmieren. Es geht darum, wie nehmen wir wahr, wie interpretieren wir die Welt um uns rum, wie interpretieren wir Verhalten, was sind eventuell unsere Prägungen und ja, welche Sprache wird gesprochen, sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet. Wir gucken uns meistens die Sprache an, die außen stattfindet, also nonverbal oder verbal, aber wir sprechen auch immer irgendwie zu uns selbst und das ist, oder das wird oft vergessen und das ist sehr unterschätzt, wie so die Selbstgespräche im Inneren stattfinden und damit meine ich jetzt nicht so bewusste Monologe wie, ich stelle mich jetzt vor den Spiegel und denke mir, keine Ahnung, was könnte ich denken vor dem Spiegel, heute sehe ich fresh aus oder nicht so fresh, je nachdem, wie man sich fühlt oder was auch immer gerade los ist. Sowas meine ich nicht, so aktive Monologe, sondern so diese, ich sag mal, dieses Dauerrauschen im Hinterkopf, dass man immer auf so einer Mission ist und immer irgendwas machen muss und sich selber vielleicht auch zu Dingen drängt oder immer irgendwas im Hinterkopf hat, ich glaube, das trifft es am besten, was im Hinterkopf hat, irgendeine Stimme, die ihr immer sagt, du musst noch das erledigen und das und dieses und jenes und pass auf das auf und man hat immer so viele Dinge im Kopf und dann vergisst man eventuell irgendwas, dann ist man wieder ein bisschen sauer auf sich selbst und ja, ja, also das meine ich mit Sprache nach innen, also dieser Monolog, der irgendwie immer so im Hintergrund stattfindet, weil man ja immer irgendwie eine Meinung zu irgendwas hat, irgendwie das mag ich, das mag ich nicht, das muss ich noch erledigen, da muss ich noch anrufen, da muss ich die Mail beantworten, das meine ich damit. Also Sprache nach innen und außen gerichtet. Ja, in den 70er Jahren fand eine Analyse statt und zwar ging es darum, warum können manche Menschen etwas besser als andere und dabei wurde festgestellt, dass es Verhaltensmuster für Erfolg gibt und ja, sozusagen, wie das Sprichwort schon sagt, Fleiß, Talent schlägt, also es ist nicht so, dass Menschen irgendwie erfolgreich geboren werden und andere nicht, sondern jeder kann Verhaltensmuster, die zu Erfolg führen, lernen, indem er sie eben, ja, kopiert, Modeling of Excellence, also Lernen von den Besten, indem er durch Nachahmung lernt, was die Erfolgreichen machen und dadurch dann auch erfolgreich wird. Es geht und ging um die Grundfrage, wie erschafft ein Mensch seine eigene subjektive Realität und wie macht ein Mensch etwas gut? Da wurde herausgefunden, dass Menschen verschiedene Ansätze haben oder auch Annahmen. Wenn du mich schon eine Weile verfolgst auf YouTube, ich sage immer wieder, es beginnt alles bei uns selbst. Unser Selbstbild, unsere Einstellung zu uns selbst, daraus resultiert die Einstellung zur Welt und alles, was wir in unserem Innersten haben, strahlen wir auch nach draußen und es wird dann eigentlich nur reflektiert. Also die ganze Außenwelt ist nur ein Spiegel von unserem Innersten. Und ein depressiver Ansatz, also endogen, exogen ausgenommen, damit meine ich jetzt, jemand ist jetzt nicht depressiv aufgrund einer organischen Erkrankung oder aufgrund einer neurologischen Erkrankung, sondern jetzt einfach bezogen auf Denken, Fühlen, Handeln. Also jetzt wirklich komplett jetzt mal dieses ganze Medikamententhema weggelassen. Wenn du jetzt einen Menschen anschaust, der einen depressiven Ansatz hat, dann gehst du in das Verhalten, zoomst du rein und guckst, okay, was tut der denn, bevor er sich depressiv fühlt oder was denkt der denn, bevor er sich depressiv fühlt. Und ein schlechter Ansatz wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, mein Partner ist schlecht drauf und schreit mich an. Folglich kommt dann bei mir die Emotion hoch, ich bin wertlos und daraus folgt die Depression. Das wäre jetzt ein depressiver Ansatz. Wie gesagt, ich betone, damit ist nicht die Depressionskrankheit an sich so gemeint, dass jetzt jemand eventuell sogar an Suizid denkt oder Medikamente benötigt oder einfach eventuell andere körperliche Erkrankungen hat, die zu Depressionen führen. Ja, das ist ja oft in der Psychosomatik, dass sich alles so gegenseitig bedingt. Das meine ich nicht, sondern einfach irgendetwas passiert und jemand reagiert darauf depressiv. In dem Fall, die Person macht das Verhalten oder ihren eigenen Selbstwert vom Verhalten des Partners abhängig. Du kannst auch Partner austauschen mit Kollege, Chef, Nachbar, was auch immer. Menschen sind ja immer irgendwo voneinander abhängig und daraus kann schnell so eine Spirale entstehen, dass eben jemand denkt, er ist wertlos, weil der andere ihn schlecht behandelt. Ein anderer Ansatz wäre, wenn jetzt jemand sagt, mein Partner schreit mich an oder schlecht drauf. Folglich, was ist jetzt die Annahme von jemandem, der nicht depressiv reagiert? Er hat einen schlechten Tag. Also zum Beispiel der Partner schreit irgendwie und sagt so, ja, immer wenn du einkaufen gehst, fehlt die Hälfte und flucht dann dabei, knallt vielleicht noch die Tür zu und so. Und du denkst jetzt, wo du das so hörst, oh, da hat wieder jemand einen schlechten Tag gehabt. Nimmst du es gar nicht so persönlich, weil vielleicht weißt du doch, der reagiert sich gleich wieder ab oder der meint es nicht so und kommt jetzt auch auf eure Beziehung an, auf die ganze Dynamik. Wenn das jetzt jemand jeden Tag zu dir sagt und auch ausfallen dabei wird, dann würde ich dir raten, trenne ich von der Person. Aber das sind jetzt natürlich nur so kleine, so Mini-Beispiele, ja, also so Einzelsätze einfach. Und die Person, die das jetzt hört, die sagt eben, nö, also keine Ahnung, mit mir hat das nichts zu tun, hat einfach einen schlechten Tag, ich chill mein Leben. Folglich, keine depressive Reaktion. Was ist passiert? Es war immer in beiden Fällen derselbe Satz, dieselbe Aussage, aber die Person hat im ersten Szenario anders reagiert, mit einem anderen Gedanken und folglich sich anders gefühlt als im zweiten Szenario. Was lernen wir daraus? Es ist egal, was im Außen geschieht, es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren, was wir dabei denken und was wir dann fühlen. Das können wir zu einem gewissen Grad steuern. Also ich betone bis zu einem gewissen Grad, wenn jetzt jemand irgendwie Gewalt ausübt, also bei häuslicher Gewalt ist sowieso jede Grenze überschritten, ja, da kann man nicht sagen, ach, das interpretiere ich mal cool. Das meine ich natürlich nicht. Ich meine jetzt wirklich in so einem gewissen Rahmen, wo es wirklich noch harmlos zugeht. Was will NLP uns mitteilen? Du kannst auch ohne Psychologie studiert zu haben, ein besseres Leben führen. Die meisten Menschen sind nämlich durch ihre eigenen Ängste blockiert und sie sind eigentlich fremdbestimmt. Sie haben keine Energie, kreativ zu sein. Dr. Joe Dispenza würde sagen, sie sind ständig im Überlebensmodus und nicht in diesem Schöpfermodus. NLP sorgt für nachhaltige Veränderungen, nicht nur oberflächlich und das Ziel ist quasi einfach mehr Liebe zu empfinden, mehr Freude, ja, mehr Leichtigkeit im Leben, im Sein, im Alltag. Vorher muss man allerdings das Bewusstsein schaffen, um schädliche Muster zu lösen und dann bessere zu erschaffen. Also du kannst nicht erst bessere Verhaltensmuster kreieren, bevor du nicht die schädlichen losgeworden bist. Es geht darum, dass du Verantwortung übernimmst für dein Verhalten, für deine Gedanken und für deine Gefühle. Das klingt jetzt erstmal so keck dahingesagt, aber es ist wirklich nichts, was man jetzt einfach so mit einem Fingerschnipp mal von eben auf gleich tun kann. Also Verantwortung, das ist ja nicht nur einfach ein Wort, sondern es ist auch wiederum eine Einstellung, die mit verschiedenen Verhaltensweisen verknüpft wird und diese Einstellung, diese Haltung, die hast du eigentlich immer, auch im Schlaf so. Du kannst zum Beispiel jetzt auch nicht von heute auf morgen irgendwie gegen, also ganz, ganz krass gegen deine Prinzipien verstoßen. Da muss schon wirklich was Extremes passieren, wie ein Extremszenario, wie jetzt Krieg, wo plötzlich, ja, Zivilisten Menschen erschießen, weil sie zum Soldatentum berufen wurden, sag ich mal. Ja, das ist schon ein krasser, krasser Switch, aber an sich hat jeder schon so einen gewissen Rahmen, worin er sich bewegt und, ja, wo er sich an sich auch nicht raus wagt. Neurolinguistisches Programmieren bedeutet, dass man eine neue Lebensperspektive annimmt und dazu braucht man sehr viel Mut und vor allem Beharrlichkeit, dass man eben dieses bessere Leben erreicht. Also wie gesagt, das ist nichts, was mit einem Fingerschnipp funktioniert. Du kannst nicht von jetzt auf gleich über Nacht irgendwie dein ganzes Leben ändern, sondern du musst Stück für Stück die einzelnen Blöcke raussuchen, das, was du ändern willst und da dann erst mal deine aktuelle Perspektive abchecken und dann gucken, okay, wie kann ich einen anderen Winkel einnehmen, wie kann ich da anders drauf gucken. Also NLP will jetzt keine Probleme lösen, sondern Verhalten bewusst machen. Also warum verhalte ich mich so und so? Weil irgendeinen Nutzen hat das Verhalten, ja. Es gibt an sich kein nutzloses Verhalten, auch wenn es manchmal von außen so ausschaut, dass du dir bei manchen Leuten denkst, hä, ich verstehe absolut nicht, was dieses Verhalten bringen soll. Oder vielleicht auch bei dir selber, dass du manche Verhaltensweisen siehst oder an dir bemerkst und dir denkst, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder mache. Und also irgendwie, ich bin ja in so einem Strudel, ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Aber glaub mir, jedes Verhalten hat irgendwo einen Grund und je mehr Lösungsansätze man sich selbst auch zur Verfügung stellt, desto leichter fällt es einem dann auch im Anschluss neue Verhaltensmuster zu etablieren. Natürlich spielen, wie immer, die eigenen Prägungen eine große Rolle. Also Kultur, Nation, Erziehung, kindliche Prägung, das Geschlecht, der Wohnort. Ja, jeder hat eine eigene Weltanschauung und demnach auch jeder eine eigene individuelle Perspektive. Also man kann sagen, die Weltkarte, sagen wir mal, das ganze Leben ist so eine Weltkarte und jeder hat so seine eigene Weltkarte. Also ich habe eine andere als du, selbst wenn wir jetzt beide im selben Jahr in derselben Stadt geboren sind und dasselbe Geschlecht haben und denselben Beruf und alles, trotzdem habe ich eine andere Weltkarte. Aber unsere Weltkarte ist immer begrenzt, eben aufgrund unserer Prägungen. Also ich habe ein anderes Mindset als jemand, der vor mir geboren wurde oder nach mir, weil einfach andere Dinge zu der Zeit passiert sind, andere Erziehungsstile haben eventuell geherrscht, andere Paradigmen, politisch, wirtschaftlich, das spielt alles eine Rolle, auch wenn man das vielleicht am Anfang gar nicht so glaubt. Und jeder denkt eben, also jeder Mensch glaubt, dass seine Sicht wahr ist und echt und natürlich subjektiv ist es auch so, aber es gibt niemals die absolute Wahrheit. Also ich könnte dir jetzt auch niemals sagen, so und so, das ist die absolute Wahrheit und so ist das Leben perfekt und wenn du es so machst, dann läuft dein Leben und wenn nicht, dann nicht. Ja, ich kann nur so gewisse, auch in einem gewissen Rahmen, so gewisse Impulse geben und auch wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und spreche, gucken, okay, wo sind die Blockaden, wie denkt jemand, aus welchem Mindset daraus handelt jemand und da dann eben so einen gewissen neuen Frame geben, aber es gibt jetzt nicht die Pauschallösung. Also wenn einer sagt, er ist hier der Oberguru und checkt alles, dann ist das eine Lüge, weil keiner checkt das Leben komplett. Keiner hat die absolute Wahrheit, keine Religion, keine Weltanschauung, keine spirituelle Ausrichtung, niemand hat die Wahrheit komplett für sich gepachtet. Wer das erzählt, redet Müll, solche Leute am besten meiden. Ja, es gibt immer nur einfach verschiedene Perspektiven und jeder Mensch muss einfach für sich gucken, okay, welche Perspektive bringt mich weiter im Leben, welche bringt mir tatsächlich Ergebnisse und ja, dem folgt er dann einfach. Verhalten von Menschen hängt also immer von inneren Überzeugungen und auch Begriffen ab. Also die Wirklichkeit, die wir so wahrnehmen, die wird auch von Erfahrungen kreiert. Also alles, was wir wahrnehmen, das sehen wir durch so eine Art Filter, durch eine Brille und diese Brille oder dieser Filter, der ist entstanden eben durch die bisherigen Erfahrungen. Jemand, der jetzt, sagen wir mal, schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat, weil er als Kind mal gebissen wurde von einem Hund, der wird in der Zukunft eventuell eine Blockade entwickeln und immer Angst bekommen bei Hunden. Er sieht die Welt anders, er sieht Hunde prinzipiell als Bedrohung, also das ist jetzt natürlich ein sehr vereinfachtes Beispiel, ja, obwohl an sich vielleicht gar keine Gefahr ausgeht von allen Hunden oder nicht nur vielleicht, ist er so. Ja, sondern er hat eine Erfahrung gemacht und seitdem schließt er unbewusst auf alle. Er denkt sich auch im Alter so, ey, ich weiß, der Hund da hinten tut mir nichts, keine Ahnung, der ist so klein, der fällt, der fällt durch einen Gulli, wenn er da drüber läuft, ja, aber ich habe trotzdem Angst, ich spüre es ja, ich sehe den Hund und ich fange, ich spüre es körperlich, ich fange an zu zittern, mir dreht sich der Magen rum, ich kriege keine Luft, obwohl ich weiß, keine Ahnung, dieser Baby-Giwa-Wau kann gleich in der Kanalisation landen, wenn er jetzt nicht auf den Bordstein wechselt, ja, und deswegen muss eben wirklich jeder Mensch gucken, okay, vielleicht die Filter, durch die ich die Welt erblicke, die sind mir vielleicht einfach nicht nützlich oder nicht mehr nützlich und NLP hilft sozusagen dir dabei, der Mensch zu werden, der du eigentlich sein willst und eigentlich auch so schon bist, wenn du dir nicht gewisse Sachen angewöhnt hättest, die aber eigentlich gar kein Teil von dir sind, sondern dir in einer gewissen Phase deines Lebens vielleicht zum Schutz gedient haben. NLP ist sozusagen ein Mittel zur Wahrnehmung der Welt und was meine ich jetzt damit? Also NLP, wie gesagt, neurolinguistisches Programmieren, Programmieren kennen wir aus der Computerwelt, sind in dem Fall jetzt so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, man könnte auch sagen Rezepte oder Gebrauchsanweisungen und im Alltag heißt das quasi eine Reihenfolge von Tätigkeiten, die uns dann dabei helfen, unser Verhalten zu optimieren. Also es geht zum Beispiel darum, dass du von einer unbewussten Unkenntnis in eine Beschränktheit switchst, dann davon in die bewusste Kenntnis, daraus entsteht dann mit der Zeit eine Gewohnheit und dann das Vergessen, weil, ja, ich nehme mal das Beispiel Zähneputzen, du musst dich jetzt nicht jeden Morgen daran erinnern, wie hältst du die Zahnbürste und was machst du damit, ja? Die Hand nimmt die Zahnbürste, also ich bin Rechtshänder, meine rechte Hand greift zur Zahnbürste, drückt auf den Knopf, ich habe eine elektrische Zahnbürste und dann putze ich mir die Zähne, ich denke jetzt nicht darüber nach, hm, was mache ich? Hm, nehme ich heute mal die linke Hand, sondern ich nehme halt die rechte, weil ich es so gewohnt bin, weil das am schnellsten geht und dann putze ich halt und, ja. Und, also wie gesagt, es ist dieses Vergessen, es ist eben ins Unterbewusstsein gerückt, aber eben eine Art bewusste Handlung, aber unbewusst eben, weil es jetzt eine Gewohnheit ist. Und das ist auch etwas, was ich nicht verlerne, so wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Monat nicht schwimme, dann kann ich später trotzdem noch schwimmen oder Zähneputzen oder was auch immer. Also es ist eben eine Gewohnheit und die bleibt für immer gespeichert. Ja, wie gesagt, Filter, durch die die Welt, durch die Menschen die Welt erblicken, das können auch unsere, ja, Sinnesorgane an sich sein. Auch unser Alter, unser Geschlecht, also ein Mann nimmt Dinge anders wahr als eine Frau, ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja, der eine sagt, keine Ahnung, drei Haare auf dem Kopf sind wenig. Der Nächste sagt, in der Suppe sind drei Haare viel zu viel. Also es kommt auch immer auf den Kontext an. Alles im Leben ist subjektiv. Und letztlich kann man sagen, wenn man das jetzt mal so veranschaulichen will, also die Wirklichkeit, die wird kreiert dadurch, dass wir durch die Filter eben unser subjektives Weltmodell wahrnehmen und daraus dann unser Verhalten entsteht. Aber unser Verhalten wiederum bedingt auch unsere Wirklichkeit. Also es sind eben so diese klassischen selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und wir müssen aber regelmäßig uns reflektieren und auch Korrekturen vornehmen und unseren Horizont erweitern, weil es gibt eigentlich so keine Misserfolge, es gibt kein Scheitern, es gibt im Leben nur Resultate. Und wenn du merkst, du machst immer wieder dieselben, du kommst immer wieder im Leben zu denselben Ergebnissen, aber dir gefallen die Ergebnisse nicht, dann liegt es nicht daran, dass du ein Idiot bist, sondern dass du einfach immer dieselben Fehler in Anführungsstrichen machst oder dieselben Verhaltensweisen, die eben zu diesem Ergebnis führen. Was heißt das? Du musst eigentlich nur, in Anführungsstrichen nur, dein Verhalten ändern und dann folglich kriegst du auch andere Ergebnisse. Im NLP herrscht so der Grundsatz, dass Erfolg eine gewisse Taktik der Annahme ist. Also du musst dir immer denken, all deine Handlungen sind wichtig und in gewisser Weise auch richtig, aber du musst halt immer wieder gucken, okay, dienen die noch meinem Zweck? Vielleicht haben gewisse Strategien dir eine Zeit lang im Leben weitergeholfen, aber jetzt tun sie es nicht mehr, weil eventuell andere Faktoren eine Rolle spielen, weil deine Lebensumstände sich geändert haben, weil du in einer neuen Position bist, weil du eventuell einfach mehr Verantwortung hast und ein anderer Mensch bist, was auch immer. Dein Unterbewusstsein ist immer, besser informiert als dein Bewusstsein. Ich hatte das schon mal in einer anderen Folge erklärt. Es geht um selektive Wahrnehmung, um ARAS, also das ist unser aufsteigendes, retikuläres, aktivierendes System. Und da, wo du da quasi unterbewusst dein Fokus draufsetzt, das nimmst du dann auch wahr. Also wenn du jetzt jemand bist, der allgemein irgendwie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, dann wirst du immer im Außen misstrauisch sein und Leuten diese Eigenschaft automatisch zuschreiben, aus Angst verletzt zu werden, siehst du bei jedem die Gefahr, dass auch er dich enttäuschen kann und dann wirst du tatsächlich überall so Anhaltspunkte finden, die dir das bestätigen. Und dann wirst du dir denken, ja, ich habe es doch gewusst, du bist so und so, du willst mir was Böses, du bist gemein. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand sich einen Hund zulegen will, ist der Fokus auf Hunde und auf einmal wird er von Hunden umgeben sein, sich denken, hä, irgendwie laufen auf einmal alle mit dem Hund rum, mit der Rasse, die ich mir eventuell anschaffen will. Nee, ehrlich gesagt, waren die vorher schon da, aber du hast sie einfach nicht wahrgenommen, weil dein Fokus nicht da war. Das ist eben diese selektive Wahrnehmung. Und deswegen müssen wir auch gucken, okay, was nehmen wir wahr? Aha, dann ist da anscheinend unser Fokus drauf. Das heißt nicht, dass die Welt eben schlecht ist, sondern dass dann der Fokus drauf ist. Du musst natürlich auch unterscheiden. Also du kannst jetzt auch nicht, wenn du im Privaten oder Beruflichen jetzt wirklich nur schlechte Erfahrungen machst und jeden Tag, dich jeden Abend in den Schlaf weinst, kannst du nicht sagen, es ist gar nicht so schlimm, ich habe nur eine verquerte Wahrnehmung. Also wenn du merkst, dir geht es schlecht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eben etwas nicht stimmt und klar checkst du erst mal deine eigene Wahrnehmung. Aber wenn dich Leute grob behandeln oder schlecht behandeln, dann musst du da natürlich was entgegensetzen. Da kannst du dann nicht sagen, naja, ich muss es irgendwie schönreden oder anders interpretieren. Also es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht schönreden. Da kann man, also es geht auch nicht um schönreden. Du weißt, wie ich meine. Es geht um Interpretation. Und manche Dinge kann man einfach nicht schön interpretieren. Also zum Beispiel Gewalt ist nicht schön zu interpretieren. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Wenn jemand dich schlägt, dann kannst du nicht sagen, naja, der meint es ja nicht so. Der hat dich gefälligst nicht zu hauen und da ist egal, was vorher geschehen ist. Niemand darf einen anderen Menschen wehtun. Körperlich nicht, seelisch nicht. Ich weiß, in der Realität sieht es dann wieder anders aus. Deswegen gibt es da so viele negative Schlagzeilen in den Nachrichten. Aber du weißt, was ich meine. Also es gibt schon auch Grenzen von dem Ganzen. Okay, zurück zum Thema. Wir tun allgemein das am besten, worüber wir gar nicht nachdenken. Das mag dich jetzt zuerst erstaunen, aber es ist tatsächlich so. Also alles, wo wir irgendwie bewusst drüber nachdenken, da sind wir anscheinend noch nicht wirklich gut drin, weil sonst könnten wir einfach so bam, das so aus dem Ärmel schütten. Es gibt klassische lebensverändernde NLP-Techniken, zum Beispiel Überzeugungsveränderung. Das ist so dieses klassische Paradigmen-Shifting. Also du checkst einfach mal deine allgemeine Einstellung und switchst komplett zu einer anderen über. Also zum Beispiel ein krasser Paradigmenwechsel jetzt in den letzten Jahrzehnten war dieses Nein zur Atomkraft, dass alle weg wollen davon oder jetzt auch dieser Trend weg von Benzin hin zu Elektro. Das finden die älteren Generationen nicht toll. Die Neueren sagen ja unbedingt für die Umwelt. Dann sagt die ältere Generation, wieder ja, aber Elektro hat auch viele Nachteile, allein wie das gewonnen wird und wie man das dann wieder recycelt oder entsorgt und ja, so viele Debatten. Ich will das jetzt auch gar nicht wiederholen, das ist jetzt nicht Thema der Sache, aber das wäre jetzt so ein Paradigmen-Shift. Dann die Anker-Methode. Das ist quasi künstlich geschaffen, um dich zu erinnern. Ein Mensch assoziiert prinzipiell alles positiv wie negativ. Und wenn du zum Beispiel einen Gedanken in dir verankern möchtest, dann hilft es, wenn du das körperlich irgendwie damit assoziierst, also zum Beispiel irgendeine Fingerbewegung machst, die du im Alltag so nie machen würdest. Also irgendetwas, was du wirklich bewusst tun würdest, was sozusagen nicht zufällig jetzt entstehen kann. Also keine Handbewegung, die im Alltag zufällig entstehen kann, sondern wirklich etwas, was nur mit diesem Anker, mit zum Beispiel einem Motto, einer Affirmation, was auch immer, das du dann zusammen kombinierst. Und dann spürst du das auch körperlich, wenn du irgendwann nur noch diese Bewegung machst oder machst, wenn du diese Affirmation aussprichst, automatisch diese Handbewegung. Das ist quasi ein Fall von geistigen Zuständen, aktiv hervorrufen. Du kannst zum Beispiel mit dem Finger schnippen oder ein Kreuzchen dir auf die Hand machen mit dem einen Finger. Also irgendetwas, was du im Alltag jetzt nicht machst. Es soll nicht sein, was zufällig entstehen kann, sondern wirklich bewusst. Und wenn du dann diese Affirmation oder irgendetwas hast, irgendeine vielleicht positive Aussage, die du dir jeden Tag sagen willst mit dieser körperlichen Bewegung, dann speichert sich das viel stärker ab und du verbindest es auch automatisch jeweils miteinander. Du musst dich im Leben auch immer fragen, welche Gefühle willst du? Also was genau möchtest du eigentlich im Leben? Weil die meisten Menschen wissen das gar nicht. Und in welchen Situationen, das fragst du dich ja dann als nächstes, kannst du denn an diese Gefühle denken? Und dann als dritter Schritt fühlst du diese Emotion aktiv und musst dabei eben auch einen körperlichen Anker setzen. Also wieder dieses Schnippen oder dich zwicken. Also körperliche Aktion und die Emotionen müssen miteinander connecten. Das ist jetzt auch nichts, was man über Nacht machen kann, sondern das muss man regelmäßig machen. Ein Anker kann kinetisch sein, auditiv, visuell. Und es sollten eben originelle Anker sein. Also etwas, was du spürst körperlich und was du emotional wirklich tief fühlst. Nicht oberflächlich, sondern tief in dir. Und ja, man nennt es auch so Trigger-Ressource. Also es gibt ja sogenannte Schlüsselreize, die negative psychische Zustände hervorrufen. Dazu hatte ich viel in meinen Trauma-YouTube-Folgen erzählt. Zum Beispiel ein Geruch oder irgendetwas, was dich wieder zurück in das Trauma versetzt und du einen Flashback bekommst. Also negative Gefühle assoziiert mit negativen Ereignissen. Und quasi das umgedreht kannst du für dich nutzen mit dieser Ankermethode, dass du etwas Positives assoziieren möchtest und das eben aktiv hervorrufst und dich da selber triggerst. Und wenn man negative Trigger-Reaktionen neutralisieren möchte, also im Sinne von, dass man zum Beispiel bei einem bestimmten Geruch nicht immer gleich wieder in diese alte, verstörende Situation gerät, dann muss man natürlich erst mal sich das alles bewusst machen, das Signal, den Trigger feststellen und die Reaktion dann ändern. Wenn es jetzt bei wirklich traumatischen Ereignissen der Fall ist, dann kann man das natürlich auch nicht einfach so machen. Und die meisten Menschen brauchen da auch Therapie. Was ich jetzt hier meine, sind eher so harmlose Sachen. Also nichts, was mit Trauma zu tun hat, weil, wie gesagt, Trauma, die Flashbacks, die ein traumatisierter Mensch hat, die kann man nicht mal eben mit halbe Stunde NLP oder so lösen. Also so wirklich schwere Traumata, ja. NLP bitte auch nicht mit Therapie oder Psychotherapie verwechseln. Es geht hier, wie gesagt, nicht um Probleme lösen, sondern Lebensumständen, einen neuen Frame geben und die Perspektive ändern. Ja, also auch ich, ich bin ja kein Therapeut. Ich mache auch keine Therapien. Ich habe viel Wissen über Psychologie, aber ich bin kein Therapeut und ich therapiere auch keine Menschen und ich gebe auch keine ärztlichen Ratschläge. Ich bin Mindset Coach und Mindset Coach ist immer in die Zukunft und in die Gegenwart ausgerichtet. Und ja, dabei bediene ich mich eben auch diverser NLP-Techniken. Das jetzt hier nochmal so zum Schluss. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Ist schon wieder fast eine halbe Stunde und ich weiß, zuhören ist anstrengend. In der nächsten Folge geht es dann nochmal weiter mit NLP und da zeige ich auch ein paar Techniken beziehungsweise gebe einen Überblick, werde nochmal Bezug nehmen auf Verhaltensänderungen, auf ein sehr wichtiges Thema und zwar Selbstliebe und würde mich freuen, wenn du auch diese Folge anhörst. In diesem Sinne, keep it na villa aus Nürnberg. Ciao.